Ihr habt mir ganz viele Kommentare nach meinem ersten Video über Radiant Photo geschrieben, dass ihr mehr über das Programm sehen wollt. Und heute ist es soweit. Ich zeige dir also, wie ich meine RAW-Dateien in Radiant Photo reinziehe und dann erstmal so ein bisschen der Zauber passiert. Das heißt, das wird erstmal automatisch bearbeitet und dann kann ich noch so ein paar kleine Tweaks machen und dann später in Lightroom reingehen. Und ansonsten ist jetzt auch die Black Friday Week gestartet und natürlich gibt es auch bei Radiant Photo ein entsprechendes Angebot. Kannst du einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken. Ansonsten gehe ich da auch nach dem Video nochmal ein bisschen spezieller drauf ein. Jetzt erstmal der Workflow mit Radiant Photo. Viel Spaß. Wir sind wieder drin in Radiant Photo und ich werde jetzt mal das erste Bild hier hineinziehen. Und das ist aus Bayern, hier von einem Wasserfall, den wir im Winter fotografiert haben, damals noch zu unseren Podcast-Zeiten. Es ist also schon fast zwei Jahre wieder her, dass ich dieses Foto gemacht habe. Und ich bin mal gespannt, was Radiant jetzt im ersten Schritt, also mit der AI, die da quasi einmal drüber schaut, macht und welche Verbesserung das Ganze am Ende bringt. Witzigerweise, also das ist jetzt hier das Original und das ist jetzt das, was Radiant daraus gemacht hat. Also die Farben, ja, da bin ich jetzt noch nicht ganz so einverstanden, aber guck dir mal an. Ohne, dass wir irgendwas gemacht haben, wie jetzt so die Helligkeiten des Bildes angepasst wurden und so weiter. Der Schnee ist halt wirklich weiß, ohne dass er ausbrennt. Und das finde ich schon sehr, sehr stark. Also das sieht an sich schon sehr gut aus. An den Farben würde ich wahrscheinlich noch ein kleines bisschen arbeiten. Das ist mir ein bisschen zu gelbstichig. Aber so grundsätzlich, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, was hier daraus gemacht wurde. Man sieht jetzt hier auch in den Smart Presets, dass Landschaft Winter ausgewählt wurde. Also Radiant hat quasi erkannt, das ist eine Wintersituation. Und also ich finde das Ergebnis jetzt so einfach nur so, dass man es da reingezogen hat, schon sehr, sehr beeindruckend. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben jetzt hier das Bild und das Ganze ist jetzt erstmal bearbeitet worden. Und wir haben natürlich jetzt im erweiterten Modus hier noch die Möglichkeit, ganz, ganz viel selber nochmal einzustellen. Als erstes Mal können wir hier oben die intelligente Bearbeitung, das ist ja das, was Radiant hier an sich schon mal automatisch gemacht hat, können wir natürlich hier auch nochmal verändern. Ich würde jetzt hier mal gucken, was zum Beispiel mit Farbe passiert. Also das stand jetzt hier auf 100 und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich drehe das jetzt mal hier nur so auf 60, 63. Und ja, damit ist das ganze Bild am Ende nicht mehr ganz so gelbstichig. Hier jetzt bei 100 Prozent. Also mal einen direkten Vergleich jetzt hier. So sieht es bei 100 Prozent aus. Ich würde das jetzt einfach mal so auf 60 bis 70 Prozent runterdrehen. Und dann gefällt mir die Farbe persönlich auch schon ein bisschen besser. Dann haben wir hier dieses Bläuliche drin. Hier in den Steinen. Das Ganze sieht auch ganz gut aus, aber es ist nicht ganz so gelbstichig. Von der Intensität her an sich gefällt mir das richtig gut. Schauen wir doch mal, wie das aussieht ohne der Intensität. Also wenn jetzt hier also die ganze Tonung und so weiter noch nicht drauf liegt. Wenn jetzt hier also die Kontraste noch nicht angepasst sind. Dann sieht das Ganze so bei 100 Prozent schon wirklich wesentlich besser aus. So und jetzt können wir natürlich noch weiter das Ganze bearbeiten. Also ich muss wirklich sagen, bei vielen Bildern reicht das schon aus, die einmal in Radiant reinzuziehen und dann einfach zu sagen, hey, mach das mal automatisch. Und dann hat man schon ein richtig gutes Ergebnis. Ich habe aber natürlich hier noch die Möglichkeit, auf der rechten Seite einige Einstellungen zu treffen. Zum Beispiel hier unter Finalisierungstools, was man eigentlich in dem Programm ganz zum Schluss machen soll. Das sind ja so die Sachen, die man auch aus Lightroom zum Beispiel kennt. Das heißt, man könnte jetzt hier nochmal die Belichtung anpassen. Man könnte den Kontrast anpassen und so weiter und so fort. Das ist aber so angedacht zumindest, dass man das erst ganz zum Schluss macht. Und vorher sich zum Beispiel mal hier in die Farbtiefe begibt. Jetzt kann man hier nochmal mit der Belichtung spielen. Da kann man entweder hier den Regler nutzen oder man sagt gering, mittel oder hoch. Ich kann das Ganze von gering mal auf mittel zum Beispiel stellen. Dann sieht man, wie hier die Belichtung noch ein bisschen hoch gedreht wird. Und dann ist das ganze Bild hier auch in den Mitteltönen nochmal ein Stück heller geworden. Ja, also wichtig ist immer, Radian guckt immer automatisch, dass der Weißpunkt nicht zu weit fortgeschritten ist und auch der Schwarzpunkt nicht. Wir können jetzt hier mal das Histogramm uns einblenden lassen. Da können wir jetzt zum Beispiel uns auch mal anzeigen lassen, okay, hier an manchen Stellen ist das Ganze schon ein bisschen ausgebrannt. Wir können jetzt die Belichtung mal wieder auf gering stellen. Dann ist das hier ein bisschen weniger. Und ich habe natürlich auch hier die Möglichkeit, noch den Weißpunkt zum Beispiel ein Stück weit zu verändern. Also wenn ich den zum Beispiel hochdrehe, dann siehst du auch, dass jetzt hier auch die letzten ausgebrannten Stellen zumindest hier unten weg sind. Hier oben in dem Himmel sind noch ein paar drin. Aber das wäre jetzt zum Beispiel mal so ein Punkt, den man jetzt hier noch einstellen könnte. Ich kann mir auch die Schwarzpunkte anzeigen lassen. Also alles, was jetzt hier blau angezeigt wird, da ist das Ganze wirklich schwarz komplett. Auch hier könnte ich den Schwarzpunkt jetzt ein bisschen nach oben schieben und damit das Ganze etwas weniger machen. Je nachdem, wie doll man das machen möchte, sieht man auch immer relativ schön, wie sich das hier in dem Histogramm dann so ein bisschen verschiebt. Ich bin aber auch komplett fein damit, dass jetzt hier so ein paar Punkte komplett schwarz sind und auch der Himmel hier an manchen Punkten komplett weiß. Deswegen blende ich das Ganze jetzt hier auch mal wieder aus. Dadurch bekommt das Bild ja genau diesen Kontrast, den ich auch haben möchte. Aber ich kann hier jederzeit, wie gesagt, das Ganze in den Weiß- und den Schwarzpunkten noch etwas verändern. Dann habe ich hier noch den Superkontrast, den kann ich jetzt hier auch mal ein bisschen weiter nach oben drehen, um mal zu gucken, was jetzt hier noch passiert. Dadurch wird das ganze Bild logischerweise etwas kontrastreicher noch. Sollte ich jetzt an dieser Stelle hier nicht zu doll machen, also ich drehe es mal von 25 wieder zurück auf 20, da reicht der Kontrast vollkommen aus. Man muss auch immer so ein, zwei Sekunden warten, bis das Ganze neu gerendert wird und dann angezeigt wird. Dann habe ich jetzt hier noch die Möglichkeit, mit der Lichtstreuung zu arbeiten. Schauen wir uns auch das mal ein bisschen an, wenn ich die jetzt hier mal weiter nach oben drehe, was dann passiert, dann siehst du, dass das ganze Bild insgesamt so ein bisschen, ich würde sagen, diffuser wird von dem Licht her. Also wenn man sich das mal anguckt, wenn ich die Lichtstreuung nochmal rausdrehe, dann haben wir hier insgesamt ein bisschen mehr Kontrast. Also die hellen Bildbereiche werden ein bisschen heller, die dunklen Bildbereiche sind ein bisschen dunkler und wenn ich jetzt diese Lichtstreuung hier reindrehe, mache ich jetzt mal relativ doll, damit man es besser sieht, dann wird hier zum Beispiel der Schnee ein bisschen dunkler und die dunklen Bereiche des Bildes werden ein bisschen heller. Also hier probiert man dann so ein bisschen, das Ganze wieder zusammenzurücken vom Histogramm. Würde ich jetzt hier mal so auf 46 stellen, so ungefähr so die Hälfte. Dann sind wir hier in der Farbtiefe erstmal fertig. Dann gehe ich als nächstes mal in die Farbe an sich rein. Das kann ich hier auch erstmal anschalten. Und dann würde ich zum Beispiel mal hier die Farbtreue noch einstellen. Das Ganze könnte ich jetzt hier zum Beispiel mal auf lebhaft stellen. Ja, dann kriegen wir hier auch wieder ein bisschen mehr Kontrast noch rein. Und ich möchte die Farbtönung noch etwas korrigieren, weil ich jetzt finde, dass das Ganze ja so ein bisschen magentalastig war. Damit wird es hier wieder so ein bisschen rausgenommen. Die Farbtreue drehe ich jetzt auch mal noch ein kleines bisschen weiter runter. Und die Farbtönung korrigiere ich dafür ein bisschen stärker. Ich möchte insgesamt nochmal so ein bisschen den Kontrast rausnehmen. Den finde ich jetzt ein bisschen stark. Deswegen werde ich jetzt hier den Superkontrast mal wieder ein bisschen runterdrehen. Ja, das gefällt mir besser. Also hier müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen aufpassen. Auch den Weißpunkt würde ich jetzt noch ein bisschen weiter nach oben drehen. Dass jetzt hier an dieser Stelle wir noch ein bisschen mehr Details hier in den hellen Bildbereichen drin haben. Das gefällt mir so wesentlich besser. Also auch hier ist es immer so ein Zusammenspiel aus den mehreren Reglern. Es ist auch ganz klar, das sind komplett andere Regler als zum Beispiel in Lightroom. Also man muss sich jetzt hier so ein bisschen dran gewöhnen, was diese einzelnen Regler machen. Auch die Namen geben jetzt nicht unbedingt immer genau das her, was die Regler im Endeffekt machen. Also da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen kann ich nur empfehlen, arbeite einfach mal selber so ein bisschen mit dem Programm und probiere alle Regler mal so ein Stück weit aus. Dann bin ich hier in Farbe auch soweit fertig. Und dann würde ich tatsächlich am Ende noch hier in die Finalisierungstools reingehen und hier nochmal schauen, was wir noch machen können. Also von den Farben her gefällt es mir jetzt eigentlich soweit ganz gut. Deswegen die Farbtönung und Farbtemperatur finde ich so in Ordnung. Vielleicht ein ganz kleines bisschen würde ich die Farbtemperatur noch ins Bläuliche ziehen. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, das ist schon viel zu viel. Also wenn dann so auf Minus 2. Ja, das sieht gut aus. Minus 2 ist in Ordnung. Dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Die Lichter könnte man jetzt hier nochmal so ein kleines bisschen abdunkeln, um hier noch so ein bisschen mehr Details wieder reinzubekommen. Aber das war schon zu viel. Die würde ich jetzt eher so auf Minus 10 ungefähr packen. Und ein kleines bisschen Kontrast würde ich jetzt auch noch mit dazu geben. Aber hier auch so maximal plus 10, weil du wirst sehen, dass tatsächlich hier diese Regler relativ stark reagieren. Also die darf man gar nicht so doll hier bewegen, wie vielleicht in Lightroom zum Beispiel. Und jetzt haben wir doch schon ein super schönes Bild. Ja, also wir haben jetzt hier... Mal gucken, wo wir hergekommen sind. Da sind wir hergekommen. Das haben wir draus gemacht. Und ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Und theoretisch kann ich es jetzt auch als TIFF ganz normal abspeichern und dann auch nochmal in Lightroom weiter bearbeiten, wenn ich das möchte. Oder aber es ist für mich schon so wirklich fertig. Und ich kann es so auch als JPEG zum Beispiel abspeichern. Also geht beides. Ich finde nur wirklich spannend. Erstens mal, was Radiant hier wirklich einfach nur, wenn wir das Bild reinziehen, automatisch aus diesem Bild schon macht. Und was wir dann mit ein paar kleinen Einstellungen hier dann tatsächlich auch noch mit den Tools noch präzisieren können an dieser Stelle. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben hier auch die Möglichkeit, noch mit Verlaufsfiltern und so weiter zu arbeiten. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt noch nicht so ausgereift. Also da arbeite ich dann doch lieber in Lightroom. Da kann ich wesentlich besser maskieren als hier. Wobei ich auch persönlich wirklich sagen muss, Radiant Photo ist für mich ein Programm, was ich vor Lightroom nutzen würde. Tatsächlich. Also ich ziehe hier wirklich gerne meine RAW-Bilder rein und lasse Radiant diese RAW-Bilder einfach schon mal von Anfang an automatisch bearbeiten und schaue einfach mal, was da rauskommt. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit einem Tiff in Lightroom weiterzuarbeiten und noch so ein paar Anpassungen zu machen, wenn es denn notwendig ist. Aber Radiant Photo nimmt mir tatsächlich hier schon eine ganze Menge Arbeit ab. Gerade wenn ich viele Bilder bearbeiten möchte oder wenn ich auch einfach mal gucken möchte, hey, was macht denn die AI oder die KI in dem Fall, wenn man es überhaupt so nennen kann. Also es ist ja im Endeffekt nur ein Smart Preset, was hier draufgelegt wird. Aber was macht das denn aus dem Bild? Also wie würde ein Computer so ein Bild bearbeiten? Und gefällt mir das selber oder möchte ich es doch lieber komplett manuell machen? Aber wenn es mir gefällt, habe ich einen super Startpunkt und kann dann nur noch wenige Schritte in Lightroom machen, um das Ganze zu finalisieren. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich komme jetzt nochmal kurz auf das Black Friday Angebot zu sprechen. Denn ab heute kannst du Radiant Photo gemeinsam mit Milio Fotos und mit einem Videotraining über 60 Minuten und zusätzlich noch mit einem Look Pack zusammen erwerben als Bundle. Und das Ganze kostet genauso viel wie Radiant Photo alleine. Also das ist auf jeden Fall ein cooler Deal. Ich blende dir das Ganze jetzt hier auch nochmal ein, damit du nochmal genau siehst, was du da bekommst. Und ich bin ja auch Affiliate Partner. Das bedeutet, ich bekomme eine kleine Provision, wenn ihr über meinen Link das Ganze kaufen solltet. Aber gleichzeitig bekommt ihr auch on top nochmal 10% Rabatt. Also lohnt sich für beide Seiten. Du kannst den Kanal ein bisschen unterstützen hier mit meiner Arbeit. Und gleichzeitig, wenn du Bock auf diesen Deal hast, dann kannst du auch nochmal zusätzlich 10% Rabatt da drauf bekommen und hast sowohl Radiant Fotos als auch Milio Fotos. Zu Milio Fotos habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Das kannst du dir ja auch nochmal anschauen. Verlinke ich nochmal oben in der Videobox. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Du kannst den Kanal natürlich auch abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Denn in Zukunft wird es hier auch einen Adventskalender geben. Da werde ich jeden Tag ein Video posten und gleichzeitig wird es auch große Verlosung geben. Jeden Tag. Dazu einfach dann nochmal später mehr. Aber auf jeden Fall schon mal den Kanal abonnieren, damit du nichts dazu verpasst. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns einfach nächste Woche beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.